So, die möchte jetzt nur jemand einladen. Ja, 500, klar, warum nicht? Guck mal, Timmy, wir können ja mal Timmy einladen. Dann können wir laden Timmy ein. Einladen. Du bringst Licht in meinen grauen Alltag. Ich bin schon so gut, wie bei dir, meine Engel. So, jetzt möchte die noch was für 500 Euro, oder beziehungsweise 500 Simulons, ja. Oh, ich suche da kleinen Job. Das langt mir. Ich gucke, geht da hier nicht für alle Einkommen? Äh, oh, nein. Das ist eigentlich für meine Ufa-Segarn, ne? So, wir haben 8000, oder 100, oh. Ach komm, scheiße, Mist. Ne, warte. Wir... Die kaufen wir uns. Gucken wir uns, damit wir noch hier ein bisschen dansen können in der Küche. So. Kreuze sehe ich noch, weil sie 500 Dollar verballert hat von mir. Müll rausbringen, oh Gott. Oh, ein Job, ich war gerade Job, so in der Business-Karriere. Okay, hoffen wir mal, dass... Oh, Timmy, mein Engel. Hoffen wir mal, dass Business-Karriere vorhanden ist. Ihr wisst ja, es gibt ja immer bloß drei. Nein, das läuft ja prima, aber es ist 8 Uhr abgeholt. So, weglegen. Hallo, Postmann. Klasse, das läuft. Timmy, fort. Ja. Was? Ach, das habe ich vorhin gerade sagen. Guck mal, ob Müll drin ist. Ach, guck mal, Yoshi wird wieder noch abgeholt. Na, die geht auch bei einem Fehlgeld. So, guck mal, es ist halt theoretisch... So, wir tun mal das jetzt hier recyceln. Und dann tun wir... Oh, 9200, haben wir das jetzt? Müssen wir das mal ganz kurz... Ja, Yoshi ist jetzt schon wieder auf dem Top. Nein. So, ich muss auf Arbeit. Tschüss. Tschüss. Ich gehe wieder Geld verdienen, was ihr dann rausschmeißen könnt. Tschüss. Flaschendrin, warte mal. Ich glaube, wir können uns jetzt Flaschendrin kaufen. Ich glaube, das waren 9200 Punkte, oder? Hm. Was ist denn drin? Ach, scheiße, nee. Alter, das ist zu teuer. Pff. Oh, Leute, komm, Fopf. Ihr sucht euch alle Arbeit, aber pronto. Du, du auch, mein Freund. Also, ich glaube, es hackt. Ich gehe da hier nicht für alle racken. Tschüss. Wie die alle mein Geld ausnehmen. Obwohl, nee, warte mal, ich suche erst später. Ich verkaufe lieber im Haus ein bisschen was. Zumindest... Warte mal, wie geht denn das? Wo das nehmen? Guck mal, hier braucht ihr auch keine zwei... Zwei Boden. Ach, guck mal, ich kann das gar nicht verkaufen. Beziehungsweise, ich kann es verkaufen. Aber es bringt mir nichts. Weiß nicht. Hallo? Hey, wie kann ich es verkaufen? Kann ich nicht, okay. Hey, kann ich es nicht verkaufen? Modus nehmen. So, theoretisch habe ich ja hier die Box gekurvt. Ah. Scheiße, wie kann ich es denn verkaufen? 500er, was habe ich noch gekurvt? Pflanze habe ich schon gekurvt. Naja, die fährt jetzt nämlich auch nicht, aber das ja. Das kauf ich noch. So, jetzt haben wir ja, naja, richtig viel Geld. Schlecht, echt. Wir haben richtig schlecht gekackt, halt voll. Ach, drunter. Ja, leg Zeitungen, ich such sie erst später, wenn ich fort bin in den Job. Komm mal her, Babe. Komm, ich brauche eine neue Freundin. So, guck mal, wie interagiert das mal mit ihr drunter. Komm, wir erzählen mal einen Witz. Ah, die wissen wir doch, was das ist. Und zwar ist das die Viola. Paola. Fast. Paola und Viola, das ist ein Grün. Oh Gott, das sieht nicht so gut aus für uns tatsächlich. Ja, du gehst mir eigentlich aufs Schwein. Bitte lach. Oh Mann, warum lachst du denn nie? Oh, was ist denn das für eine Kröte? Oh, es ist zum Melden. So ein kleiner Udo hier. Oh, ich wollte gerade sagen. Dachte schon wieder minus vier. Hätte ich jetzt aber geblickt. Komm, sag doch mal bitte mal einen Witz. Das ist so un... Alter, warum lacht ihr denn hier, wisst ihr was? Leck mir. Tschüss. Tschüss, ist mir egal. Tschüss, hau ab. Ja, komm, deine Mutter sieht müde aus. Ja, hau ab. Will dich nie wieder hier auf mein Grundstück sehen. Ich glaube, es läuft bei dir an deinem Kackkopf. So. Und jetzt können wir wieder... Hä? Achso. Ach, der Dingsbum ist so auf Arbeit. Ich wollte nämlich gerade wechseln. Ach, guck mal, in der Anwärter kommt. Ach, du brauchst du einen Wagenhändler. Da-da-da-da. So neun bis sechzehn. Naja, immerhin, ey. Immerhin. Und das verdient er ja immerhin. Kommt fort. Ja, gleich müde, ne? Hallo, mein Schatz. Ich bin von der Arbeit wieder. Die Rolle muss arbeiten gehen. Und ich bin da immer. Wo ist meine? Wir müssen dann mal kurz... Ich glaube, meine braucht drei Freunde und... Drei Freunde und irgendwelche zwei Punkte noch irgendwo geärgert werden. Guck mal, du siehst ja eigentlich so freundlich aus. Oder kannst du eigentlich mal... Ja, dann hau doch ab, ey. So. Nils. Du könntest theoretisch mal ein Kumpel von mir werden. Ich weiß, du hast ne Frau. Ich will dich, Uni. Ich will einfach bloß normal mit dir talken. Fragen, wie so dein Tag war. Was du beruflich machst. Das interessiert mich immer so am meisten, ne? Die Leute hier wohnen in so ner Hütte und gehen hier arbeiten. Ja, ich hasse Fußball. Du auch? Nein. Guck mal, wie das läuft. Zwar langsam, aber es läuft. Flirten. Ne, da ballert mir der Rieder einer. Oh Gott, und leid die ganze Nacht. Punkte verballert. Alles klar. Gut, dann reden wir halt schön. Weißt du, Uni Spaß, wenn hier einer ein Witz erzählt wird, ne? Und der ist total dumm. Lacht man ja trotzdem als Höflichkeit, weißt du? Und die hier, die sind einfach so frech. Pass auf hier. Da lacht er. Ich will, wo soll mit dir befreundet sein? Nein, mehr will ich nie. Okay, ich will. Komm, lach mal eben mal. Ich glaube, dann reicht's schon. Okay, oder auch nie. Dann müssen wir nochmal kurz beeindrucken. Oh Gott. Komm, nochmal ein Witz. Dann haben wir es. Bitte. Ja. Yes, wir sind Freunde. Reden muss immer, ja. Okay. Ja, ich hasse Sport. Du auch? Nein. Oh Gott. Okay, gut, das war's. Du bist mit Freundin, das ist gelangt mir. So. Jetzt nieder ich dir. Tschüss. Die Rita. Nein, kann ich mal gerade essen? Hector. Hector, du Lümmel, du brauchst ja ohne Freundin. Hector. Nein. Wo ist Hector? Hä, wo ist denn Hector? Ist denn nicht schlafen gegangen? Hector! Ja klar, wo soll er auch sonst sein? Genau, komm raus, Hector. Genau. Hector. Ich brauch eine Frau. Äh, ich brauch einen Kumpel. Mhm. Ja, es weiß es. Udo! Udo ist back! Udo, du geiler Back, hä? Wollen wir es nochmal miteinander probieren? Ja, dann war es erstmal ein Freund hier, das ist... Komm, der lacht wenigstens mal über die Witze. Tschüss! Tschüss, Udo! Oh Gott, Sockenpuppen ist immer so eine Sache für sich. Oh. Okay, das läuft ja mit ihm. Klasse. Haben wir schon zwei Freunde. Wir können ihn ja mal ganz kurz anmachen. Damit wir noch mehr Papernpünktchen bekommen, damit Anni gleich sagt... Das ist nicht, ich könnte dir die Freundschaft. So, dann nehme ich dich noch hier, komm. Lass mal stehen. Ja, dann eben. Ein Unverschämt. Ja, tschüss, ich geh jetzt rein. Mache Ballett. Und tschüss. Okay. Yoshi ist müde. Yoshi. Hallo? So. So. Und schlafen. So. Hast du wirklich Hunger? Ja, okay, dann kannst du halt mal schnell was essen. Ja. Dann ess doch. Okay, na, na, nee. So, da ist er eigentlich theoretisch jetzt mit der Rita Perdue. Da können wir ja eigentlich jetzt theoretisch Flaschen, Tränen spielen. Nein? Theoretisch können wir das jetzt spielen. Achso, ich dachte, man muss jetzt mit einem Partner spielen und dann so theoretisch haben wir ja mit der Rita richtig rumgeknutscht. Theoretisch. Theoretisch. Nein, nie schlafen. Nein, zieh dich nicht um. So. Die Rita. Die können wir eigentlich holen. Weil mit der haben wir ja, wie gesagt, sind wir ja partout. So, wir gautzen rum. Zu allem bereit. Und da springt Rita mit hinterher. Jetzt gucken wir einfach mal, ob es funktioniert. Und wie es funktioniert. Rita, die kleine Bitch. Rita nimmt jeden. Angsthaft. Alter, mit drei Sims? Rita, komm her, du bist die Ärste. Du bist die Ärste. Ja, Rita, du stehst mir im Weg. Wir können nicht miteinander reden. Okay, jetzt stehe ich im Weg. Alles klar, komm, Rita, wir gehen raus. Ja, er läuft YouTube. Er läuft YouTube. Wir müssen kurz rumknutschen. Umschmuten. Na. Tschüss. Ich muss zu Yoshida. Ich muss mit ihr rumknutschen. Wo liegt sie? Hau ab! Liegt die hier? Ja. Okay. So, wir müssen das mal kurz mit ihr knutschen. Das ist der, der hier halt nie rum, wenn sie geweckt wird. Interagieren. So, hallo meine Schönheit. Ich würde mich jetzt an dich ranmachen. Ja, das schaffen wir schon eine Stunde. Ja, komm, du bist verheiratet, Bitch. Ja, komm, du bist verheiratet, Bitch. Oh Gott, fängt die mich? Sofort. Sofort. Okay, jetzt müsste es klappen. Wird es klappen? Nein! Tuck mal rein. Okay. Geh auf Arbeit. Ey, du musst ja hier das Geld verdienen. Ja, die geht schon. Ja, jetzt geht es wieder. Nee, weil ich es eingeglickt habe. Oh, es ist diese Logik hier. Ja, du kannst es auf Arbeit kommen. Das war so klar. Vorstell mir der hier mit. So, warte mal. Theoretisch? Nein! Theoretisch dürfte es auch funktionieren. Witz erzählen. Komm, vielleicht lachst du mal über meine Witze? Nee. Wer kommt denn da? Der sieht so ruhig aus. Nein! Oh Mann, bleib doch stehen! Und? Mein Name ist Hector. Und mein Name ist Dantesluf. Der ist nerd. 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 Wir suchen. Ja, tschüss. Katja. Katja, du liebst mich. Und wie du mich liebst, Katja, mein Engel. Hallo, wieso kann ich nicht mehr... Na, warte jetzt wieder... Katja, du bist bestimmt so ein williges Biest. Witz erzählen, ja. Witz erzählen, ja. Genau, Witz erzählen. Das ist immer wegen dann auf der sicheren Seite, wegen dann... Aber ich bin mir halt nicht sicher, ob man hier halt so mit drei entrammen muss. Ja, wozu bezahle ich überhaupt hier die Putzfrau? Der sieht aus wie im Saustall. Der ist gesehen, die haben über die Tagelöster. Geht jetzt? Ach, scheiße müde. Na gut, das macht ja nichts. Klar, dann gehst du erstmal schlafen. Oh Gott. Das war ja höchste Eisenbahn. Das ist bestimmt so eine tolle... Ah, ne, Yoshina. Yoshina ist auch da. So, Momento, wir müssen mal ganz kurz... Ach, das war Katsache. Ich sehe, das läuft bei dir, Rita. Wuhu. Oh, da müssen wir ganz kurz gucken. Okay, wir brauchen jetzt noch einen Freund. Mit wem hatten wir denn jetzt zum Schluss geredet? Rektor? Nee, mit dem haben wir ja geknotet. Mit Nils waren wir befreundet? Okay, wir brauchen aber uns jetzt wohl Logik. Okay, mein Spiel hängt gerade schon wieder. Ich weiß nicht, warum. Okay, dann speichern wir mal. Nein. Okay, wir speichern kurz. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß. Könnt ab und zu mal ein bisschen lachen. So wie ich. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine positive Be... 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 Bewertung freuen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich. Haut rein, macht's gut. Tschüss. Tschüss.